Was schenke ich bloß meiner Frau? Für die Kinder habe ich auch noch nichts Richtiges. Und die im Büro brauchen auch noch was Nettes. Nur etwas Kleines, aber mit Liebe ausgesucht. So stapfe ich über den Christkindlmarkt und schaue, ob ich etwas finde. Aber der Erfolg bleibt aus. Nicht mal drei Tassen Glühwein helfen. Und jeden Tag rückt Weihnachten näher. Und jeden Tag brauche ich die Geschenke dringender. In jedem Jahr nehme ich mir vor, nächstes Jahr fängst du früher an. Klappt aber meist nicht. Aber dann kommt doch der Moment, wo ich alles beieinander habe, meist erst kurz vor dem Fest. Und dann macht sich ein tiefer Friede breit. Geschafft. Ich kann die, die ich liebe, mit meinen Geschenken glücklich machen. Dann kann es Weihnachten werden. Bei mir ist es dann schon so richtig Weihnachten geworden. Denn es tut so gut, wenn ich nichts mehr muss. Denn dann ist Ruhe. Vielleicht ist das ja der tiefere Sinn von Weihnachten, wie wir es feiern, dass dann endlich Frieden ist. Spätestens, wenn alle Geschäfte an Heiligabend zumachen. Frieden auf Erden. Gott kommt zu mir. Was ich wohl geschenkt bekomme? Ich bin Klaus Weber und feiere Weihnachten in Regensburg. Was ich wohl geschenkt. Vielen Dank.